Bist du bereit, in die Welt der Webinare einzutauchen und dabei Umsätze zu generieren, ohne aufträglich zu sein? Perfekt! Denn heute verrate ich dir die drei mächtigsten Strategien für subtilen Verkauf in deinen Webinaren und wecke deine Neugier auf vier weitere, die du auch lieben wirst. Mein Name ist Magda Bleckmann. Als Expertin für Erfolgsnetzwerke und deinen starken Auftritt knacken wir gemeinsam den Webinar-Code. Und du hast Spaß an deinem Auftritt, online und offline. Erste unaufdringliche Verkaufsmethode. Der Zauber deiner persönlichen Geschichte. Geschichten sind wie Magneten für die Aufmerksamkeit deiner Teilnehmerinnen. Nutze sie, um wirklich eine emotionale Verbindung aufzubauen und deine Botschaft unaufdringlich zu vermitteln. Erzähl zum Beispiel, wie eine verzweifelte Kundin dank deines Produkts endlich ihren Durchbruch erzielt hat. Und du wirst sehen, wie dich die Kraft der Geschichten wirklich verblüfft. Und jetzt geht es im Webinar um deine persönliche Geschichte. Die Story, die du über dich erzählst. Denn es geht nicht um zu allen Daten, Fakten, was du alles gemacht hast, gelernt hast, trainiert hast, sondern es geht darum, genau die Kompetenz, die du in dem Feld, wo du was verkaufen willst, erzählst, um die Kunden zu gewinnen. Also wenn ich dich für die Schlagfertigkeit gewinnen will, dann erzähl ich dir die Geschichte, wie ich gelernt habe, schlagfertig zu sein in meiner politischen Vergangenheit. Wenn ich dich für das begleitete Programm knackt dem Webinarcode gewinnen will, in dem du dein Webinar in der Generalprobe abhalten kannst, dann erzähl ich dir meine Webinar-Leidensgeschichte. Denn ich habe immer wieder Webinare meistern ohne Lampenfieber kostenfrei abgehalten. Und ich hatte zuerst 50 Teilnehmende, da hat keiner gekauft. Echt, ich war frustriert und wollte schon alles hinwerfen und sagen, das ist nichts für mich. Und dann habe ich selber ein Coaching genommen. Und siehe da, das nächste Mal hatte ich 100 Teilnehmende und drei haben gekauft. Das war schon mal gut. Und ich habe es immer weiter verbessert und es ist echt, im Endeffekt ist ein Numbers Gain. Ich habe das erste Mal 30.000 Euro Umsatz gemacht mit nur einem Webinar. Und dann hat es mir angefangen, Spaß zu machen. Was habe ich gemacht? Ich habe an meinem Mindset gearbeitet, an dem Ablauf des Webinars und an den unaufdringlichen Verkaufsmethoden. Und durch die Verschränkung dieser drei Punkte ist der Knopf gerissen und es hat funktioniert, sodass es mir Spaß macht. Die zweite unaufdringliche Verkaufsmethode ist wertvolle Inhalte preisgeben und Aha-Momente schaffen. Also wenn du echten Mehrwert gibst, dann kriegst du das Vertrauen und die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden. Also gib konkrete Tipps, die sie sofort umsetzen können, die 30 Schritte zum Erkunden in 30 Tagen. Und sie werden dankbar sein dafür und dich als Expertin wahrnehmen. Wichtig ist, dass du nicht nur Inhalte teilst, sondern auch darüber, dass du zum Beispiel deinen besten Tipp preisgibst. Und dann denken sich die Zuhörenden, ey, wenn das schon so genial ist, was kommt da noch? Bei mir im Webinare meistern ohne Lampenfieber bekommst du zum Beispiel einen Anker, mit dem du das Lampenfieber in den Griff bekommst. Das ist sozusagen der Schlüssel, um souverän zu präsentieren. Und den knackten Webinar-Kot gibt es da natürlich noch viel mehr. Dritter Punkt ist die Macht des sozialen Beweises. Menschen vertrauen anderen Menschen. Schau doch an, wann du ein Buch kaufst auf Amazon, da wo es viele Sterne gibt. Also teile Erfolgsgeschichten, echte Erfolgsgeschichten von Kunden, wie sich das Leben transformiert hat, weil sie dein Angebot gebucht haben. Erzähl Beispiele, wie ein Online-Kurs das monatliche Einkommen verdoppelt hat. Denn diese Geschichten zeigen, dass dein Angebot funktioniert, ohne aufträglich zu sein. Und besonders wirksam sind dann natürlich auch Videobotschaften von echten Menschen, die erzählen, wie toll es war. Wie kommst du jetzt zu denen? Weil viele sagen, hey, ich habe ja noch gar keine Kunden. Ja, dann mach mit deinem Produkt eine sogenannte günstige Beta-Runde. Gib kostenfrei im Gegenzug für ein Testimonial dann deinen Inhalt zur Verfügung. Das sind die ersten Schritte. Oder bei schon laufenden Programmen, mach immer in dem Moment, wo die Kunden begeistert sind, eine Umfrage. Sag, hey, wie ist es für euch? Was hat es für einen besonderen Nutzen für euch? Und lass dir das dann entweder schriftlich geben, schreib es selber zusammen, sag, passt das so? Hol dir auf jeden Fall diese wichtigen Testimonials. Das sind die Gründe, warum Menschen auch dein Produkt kaufen. Und verwende sie nicht erst am Ende deiner Präsentation. Sondern fang damit schon von Anfang an immer wieder, wenn es dazu passt, das passende Testimonial zum passenden Punkt. Und das ist dann das, was wirklich funktioniert. Weil dann die Teilnehmenden sagen, das will ich auch. Ui, das hätte ich auch gern. Also, das waren jetzt mal drei Methoden. Deine richtige Geschichte, biete Mehrwert und erzähl die Testimonials richtig. Und dann gibt es natürlich noch, ich habe sieben Methoden entwickelt, vier weitere. Das ist Tantalizing Tools, das ist biete den richtigen Nutzen, baue die Boni exakt ein, schaue auch Future Pacing. Also, das sind so weitere Methoden, die du alle bei mir in meinem Programm findest. Und wenn dich das interessiert oder mehr interessiert, dann lass uns reden. Trag dir einfach einen Termin ein, wie du willst, schriftlich oder telefonisch in meinem Terminmanagementsystem. Und wir schauen, wo du gerade stehst, was gute nächste Schritte für dich sein könnten. Wenn meine Sachen nicht passen, dann kenne ich andere, was für dich passt. Und du bekommst immer von mir, alle, die mich kennen, wissen das, du bekommst von mir immer schon mindestens einen Tipp, der dich schon sehr viel weiterbringt. Also, probier eine von diesen drei unaufdringlichen Verkaufsmethoden aus. Welche wirst du ausprobieren? Schreib mir das, was hat dir gefallen dabei. Lass mich in den Kommentaren wissen und wir können gemeinsam über deine Erfahrungen sprechen. Ich freue mich auf dein nächstes Webinar. Liebe Grüße, deine Magda. Ich freue mich auf deinem kleinen Verkaufsmethoden.